Hallo, hallo, hallo. Ein neuer Sportvlog-Eintrag. Heute hier bei schönem Wetter. Einfach mal joggen. Nicht lang, sondern hauptsache mal was gemacht heute. Ja, wie es weitergeht, seht ihr nach dem Intro. Ja, ich laufe heute meine fünf, sechs Kilometer runter. Hauptsache, ich habe was getan. Runter von der Couch. Sport machen, sage ich ja immer. Und genau das tue ich schon seit ein paar Wochen und Monaten. Und das solltet ihr auch tun, weil dann geht es euch besser. Mir geht es ziemlich gut mittlerweile. Ich fühle mich fit. Habe auch ein paar Kilo abgespeckt. Wie geil ist das denn? Ja, und Speck war genügend da, muss ich sagen. Ich hoffe, ich halte es noch lange durch, damit ich nicht wieder hier das lebende Jojo bin. Aber momentan sieht alles gut aus. Jetzt glaube ich erst mal weiter. So, jetzt habe ich locker leicht meine vier Kilometer gleich zusammen. Ich bin auch total lahm heute. Das ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, ich mache meine Meter. Und wenn ich meine sechs habe, dann melde ich mich von zu Hause. Heute gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Ich hatte zwar einen langen Tag. Heute drei Kinderbuchlesungen. Mann, oh Mann, oh Mann. Hintereinander weg. Immer dasselbe erzählt. Aber Spaß hat es trotzdem gemacht. Naja, aber was soll's. Deswegen muss ich mal ein bisschen laufen. Und heute nicht so lang. Weil sonst bin ich tot. Wenn man so einen langen Tag gehabt hat, ist langer Sport doof. Aber ein bisschen ist gut. Also, ich melde mich gleich, wenn ich schon angekommen bin. So, jetzt habe ich meine sechs Kilometer runter. Runter vom Sofa. Rein in die Kneipe. Nein, sondern Sport gemacht. Das habe ich heute getan. Wenigstens ein bisschen. Nicht so viel. Aber das bisschen reicht schon aus, damit man wenigstens ein bisschen fit bleibt. Jeder, der da draußen jetzt zuguckt, sollte sich überlegen, ich rede immer nur davon, Sport zu machen. Ich müsste mal wieder und sowas. Mach's doch einfach. Laber nicht drum. Mach es. Also, bis zum nächsten Sportblog. Cheerio, Miss Sophie.